Hallo, grüß euch, liebe Freunde, liebe Grüße von Farnum, von AXS, so, heute sind wir in das HappyFit Linz Darmestrasse, im Zentrum. Wir trainieren heute auf Gym 80 Fitnessgeräte, wir machen auch Zirkeltraining und wir werden euch ein paar Übungen zeigen. Und schaut es genau hin, denn wir erklären euch dieses Mal nicht so viel, wir zeigen euch, wie man die Ausführungen machen sollte. Denn nach wie vor viele von euch da draußen verlassen sich auf alle YouTuber, Instagram, Facebook, TikToker, alle möglichen, was euch nicht richtig erklären, wie man trainieren sollte, Ausführung technisch, Atmung und so weiter. Das ist sehr, sehr wichtig und schaut es mal zu und viel Spaß beim Zuschauen und viel Spaß beim Training. So, ich fahre mal lang mit Brusttraining. Auf ein Gym 80 pure Kraftgerät. Die Vorzüge ein bisschen nach oben, was leicht ist. Konkret durchdrucken, sehr wichtig. Einatmen. Langsam und schneller werden. Konkret runter. 21, 22, 22. Minimum zwei Sekunden umhalten, dann gehen wir jetzt runter wieder. Langsam am Anfang, schneller werden. « 20, 22, 23, 24, 26. 64, 23, 26, 22, 23, 22, 25, 23, 25, 26, 25, 26, 28, 27, 26, 27, 28, 28, 40, 23, 29, 29, 31, 31, 31, 32, 35, 35, 27, 31, 32, 35, 29, 39, 29, 31, 32, 33, 35, 29, 33, cynical. 32, 34, 37, 35, 35, 38, 29, 31, 32, 24, 42, 42, 38, 32, 39, 33, 36, 42, 37, 35, 39, 35, 44. So, Markus wird euch jetzt eine Rückenübung zeigen. Markus, Hand durch. Ganz wichtig ist, Sitz zu einstellen. Zuerst schaut es einmal zu. Er wird Hände ausstrecken, schauen, dass da oben nicht der Klänger kann. In dem Fall sitzt er zu hoch, er muss mit Sitz weiter nach unten gehen. So, nochmal überprüfen, dass man sich komplett ausstecken kann. Super. Und ausatmen. Super macht ihr das. Schaut euch Ausführungen ganz wichtig an. Komplett ausstrecken. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Die meisten verkürzen sie in Muskeln, in denen sie nicht ganz ausstrecken. Schön macht das. Ausstrecken. Super macht das. Top ausführen. So, ich will euch die nächste Übung zeigen. Das Gerät gibt es nicht überall. Auch von G80 wurde Kraft. Diese Übung kennt man, indem man auf Bandsitz, Kurzhandel nimmt, Überzüge. Das ersetzt die Überzüge. Das ersetzt die Überzüge. Dadurch wird die Fußmuskel länger und auch die Brückenmuskulatur wird gedämmt. So, es gibt den Gurt, aber den soll man nicht unbedingt benutzen. Immer nur das Gewicht nehmen, dass er nicht aushält. Langsam retour. Strecken lassen. All here. Einatmen bei Positive ausatmen. Einatmen bei Negative raufgehen. Negativ immer langsamer, nicht so schnell. So, rauf. Max wird euch jetzt eine andere Übung zeigen. Und zwar fliegende. Bitteschön. Bitteschön, Max. Du darfst. Auch beim Brustmaschine von G80. Pure Kraft. Weiter nach oben, Max. Genau. So, zuerst ganz rauf. Super. Schaut mal ganz genau hin. Komplett ausgestreckt hat er es. Das ist sehr, sehr wichtig. Denn er komplett ausstreckt, geht es obere Teil von Brust. Sehr, sehr wichtig. Und gehen wir es an. Wie ein Bogen. Genau, Ellbogen. Gehen unten. So halten. Nur Ellbogen runter ist. Nicht mehr. Nur Ellbogen runter. Und komplett nach oben. Zusammendrucken. Ausstrecken. Und richtig anspannen. Super. Einatmen. Und komm. Ausstrecken. Super. Und komm. 21, 22, Max. Super. Schön macht das. Top. 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 So, ich werde euch noch eine Übung zeigen, dann werden wir uns vom Weg verabschieden. Das ist für die hintere Schulter und den inneren Rücken. Auch natürlich von GIMA 80. Man kann sich hier auf dem Sitz verstehen. Ich bevorzuge aber meistens, dass ich mich gar nicht hinsitze. Durch das lege ich schräger, geht mehr in die hintere Schulter. Das heißt, ich sitze mich gar nicht hin. Man kann sich hinsetzen. Ist nicht verkehrt, ich bevorzuge lieber so. Schaut mal her, wo ich den Griff nehme. So ist das viel besser, wenn man hier nimmt. E-Bongen oben halten. Kopf nach oben. Schlange. Schlange. So. Schlange. Safety. So, liebe Freunde, wir verabschieden uns von euch, wir wünschen euch viel Spaß beim Training, schaut immer, dass ihr ein schönes Abo trainiert, den Ausführungen sehr wichtig, einen schönen Abend wünsche ich euch für Teich, liebe Grüße Fahner und für Teich.